Promi-Töchter Lila Moss und Klum posieren zusammen. Bei den beiden fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Lila Moss, 20, und Leni Klum, 18, haben einiges gemeinsam. Nicht nur, dass beide ziemlich erfolgreiche Models sind, auch ihre berühmten Mütter Kate Moss, 48, und Heidi Klum, 49, verbinden sie. Und darüber konnten sie sich wohl etwas austauschen, bei einem Event trafen Lila und Leni nämlich aufeinander und rockten gemeinsam den roten Teppich. Vor wenigen Tagen waren die beiden Models zu Gast bei einer Weihnachtsparty vom Designer Lable Marc Jacobs in New York. Für diesen besonderen Anlass schmissen sich die zwei in ziemlich aufregende Glitzerfummel. Während Leni auf ein blaues Pilotenkleid mit schwarzem Bläser setzte, überraschte Lila in einem gehäkelten Funke-Dress und schwarzen Stiefeln. Mit einem Lächeln im Gesicht posierten die beiden happy für die Fotografen. Dass Lila und Leni durch ihre erfolgreichen Mamas leichter Fuß im Model-Business fassen konnten, ist kein Geheimnis. Dennoch sei es auch mit Starthilfe ein harter Job. Ich mache die Arbeit und investiere die Zeit. Jetzt arbeite ich allein, reise allein, gehe zur Schule. Meine Mutter und ich haben einfach die gleiche Liebe für dieselbe Sache. Hatte Leni erst kürzlich gegenüber Piepel klargestellt. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020